Ja, dann suche ich mir mal den besten Platz raus. Weiter geht es hier am Leuchtturm am Favre. Es geht nach oben. Wir fahren ja vor kurzem hier, aber heute hat es einen anderen Hintergrund. Denn heute geht es ja hier um die Veranstaltung. Und aus dem Grund werden wir den Platz hier weiter oben suchen. So, das ist kostenlos hier. Das Museum, die Ausstellung. Und hat oben einen spektakulären Blick. So, hier sind wir jetzt ganz oben auf der Terrasse. Nicht ganz oben, aber weit oben. Und, ja, was hier besonders schön zu sehen ist, ist der Risco Blanco, der weiße Felsen. Den sieht man hier sehr gut. Da oben, da ist eine große Palme. Oben drüber, der weiße Felsen, das ist der Risco Blanco. Jetzt müssen wir in dem Bild haben. So, das ist der Blick hier von der Terrasse. Jetzt schauen wir mal Richtung Playa de Ingles. Ein bisschen neugierig können wir hier auch in den Hotelgarten vom Hotel Faro schauen. So, und von da müssen dann auch die Proteste kommen. Die eigentlich dann hier eine Kundgebung abhalten. So, wir nutzen aber jetzt die Gunst der Stunde. Ja, es ist ein bisschen windig hier oben. Ich werde die andere Kamera auspacken. So, es ist ein bisschen Untertitelung des ZDF, 2020